Hallo Leute, und hiermit herzlich willkommen zu Let's Play Battlefield 4 im Multiplayer. Und heute habe ich mir Verstärkung mitgeholt, dabei ist der liebe Deathskiller. Hallo Leute. Schaut bei Ihnen vorbei, ich verlinke den Kanal in der Videobeschreibung. An alle, Einsatzstil Charlie wurde neutralisiert. Einmal. Genau, und zweitens Kiste. Zweite Torhund. Eierhund. Am 6. oder 10. Da, 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 da. Starten, 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 starten. Genau. Call of Duty, Warp, warmpfair, im Überlebenshoor. hier freut euch drauf und als wird ein tolles Projekt da werden dann auch Regen und Helmholtz hat wohl Kitz gemacht das war nicht unbedingt regelmäßig Videos kommen ab und um eine Locker mindestens drei drei Folgen übernehmen zu uns in der Woche locker blockig und wenn nicht er geht mein Adresse und ihr kommt zu mir und erschießen weil er nicht habe ich vergeteilt hat er oder ihr oder ihr der abonniert uns und es bleibt uns ab oder wie wurde er geht zurück oder er geht zu den Buschmacher und und er hat ich bin er wird der Wester und heute kommt um 19 Uhr ein scheiß 24 Stunden live stream aber wir können durch alle bei Uschmacher beschweren was seine Idee war ich mach das für meine Community hier ist die Community hier oder was shit walk and walk walk and walk walk and walk detaining man Mein Fahrzeug muss repariert werden. Wir haben ein Kaxi-Alpha erobert. Ein 20er Helikopter, weiß nicht von dir. Wir haben einen, das Ziel, bravo euer Oberst. Oh, Doppel-Kill. Oh, geil. Was ist denn alles? Oh, nochmal. Der deutsche Tor ist neu ausgefallen. Das ist nicht von dir scheiße. Mann, ich hab Hamza hier ganz gut. Der Kugel ist nicht von dir. Der Kugel ist nicht von dir. Das ist ein Kugel. Das ist ein Kultiker. Wir haben die Kontrolle über 174 Charlie. Feuer, 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 Feuer! Nein! So, ich tue gleich. Ich mache etwas sehr schönes. Alles nur, weil ich ein kleines Arschloch bin, die ich bei den Videos zur Zeit gefolgt habe. Entschuldigung. Entschuldigung. Er regt doch schon wieder deine Frage, ey. Attacke weiter! Ja, klar! Das bleibt ja nicht so ganz dahinten. Ja, Koch, ey. Ja, Kopfschuss. Echt geil. Echt gut. Drei. Echt gut. Drei. 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 Und ja. Drei. bei der Nacht ist es möglich. Einstieg, Charlie ist verlungen. Einen schnellen Angriff auf dem markierten Punkt, checkt eure Karten! Ja! Oh! Fuck! Oder auf! Nicht fast, ne? Ja, ich bin tot! Was ist das denn? Scheiße! Oh, Alter! Da liege ich! Ja, Scheiße! Unverschämtheit! Ein Kriegsvideral zu erfahren! Einsatzziel Charlie ist neutralisierbar! Oh! Oh! Ach so! Ja! Ja, ich bin tot! Ja, ich mache ihn! Oh! Die Kampagne ist in der Nähe der Kampagne. Da ist ein feindlicher Panzerwagen, nördlich von dir. Ja, jetzt sterbe ich nicht falsch an. Nein! Ich werde den Überlebensmodus unter uns online spielen. Genau. Also online werde ich dann auch Stabio bringen. Hier sind die Schmerzen. Hier sind die Schmerzen. Wir haben Einsatzziel Bravo verloren. Achtung, freundet ihr Helikopter, wenig ist eine Stellung. Вот вам Patron, берите! Wir haben gerade die Kontrolle über Einsatzziel Wilhelm. Da hinten ist einer! Nein, die Ecke habe ich gesagt. Wir haben die Kontrolle über Einsatzziel Wilhelm. Wir haben die Kontrolle über Einsatzziel Wilhelm. Wir haben die Kontrolle über Einsatzziel Wilhelm. Nördlich langer Achtung. Die Zug scheint verfeindlicher Fahrzeugjäger zu sein. Achtung, Einsatzziel Delta wurde neutralisiert. Auf! Einsatzziel Delta wurde erobert. Lass sich deiner aktuellen Position ist ein feindlicher Schauschütze. Lass den Kopf noch verlaufen. Einsatzziel Alpha ist verloren. Ich habe Sichtkontakt zu einem feindlichen Panzer. Wendlich deiner aktuellen Position. Achtung! Achtung. 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 Attacke die Entzündung! Yes! Ich habe Sichtkontakt mit einem feindlichen MG-Schützen. Füße nicht in der aktuellen Position. Füße nicht! Nein! 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 Ich war jedes Mal! Ich kann es nicht! Eintensatz ziel Delta, permanent coalitionsgefühl! Und wir haben die Kontrollen über Eintensatz ziel Delta! Wir werden dies sicher an der deutschen Nase zurückkehren. Eintensatz ziel Delta! Eintritt in Kontakt, freundlicher Helikopter wird nicht probieren. Wehre, Reinsatzziel Alpha ist verloren. Reiß nicht ab. Nee. Das ist schade. Nein, Ochen! Ich habe einen feindlichen Scharfschutz südlich von dir gesichtet. Ihr kommt alle von hinten. Pam, pam, pam. Wann einfach. Nein! Achtung! Reinsatzziel Alpha wurde fatalisiert. Another team! Der Achtung wurde gerade abgeworfen. Nein! Nein! Nein, ich habe ihn noch gebrochen. Ich habe einen, ich habe ihn noch gebrochen. Nein! 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 Aber der ist verloren! Oh! Schwach kann ich verloren! Die sind riesigen! Oh! Der bringt das auch nicht vorbei! Das ist so! Der Panzer ist aber vorbei. Ich bring mich jetzt selber um! Der war! Boah! Witzig, ja. So, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Schaut bei Destiller, hat der hier vorbei? Würde mich freuen. Schaut bei Erik vorbei. Oder das. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal und mach du auch nochmal dein Outro. Ja. Und zu diesem Mal. Und zu diesem Mal.